Grüß euch. Rosi19, lieber Dr. Sommer, ich habe seit einer Woche ein undefinierbares Jucken in der Hüfte. Kannst du mir da helfen? Halt mal so! Ist das geil? No, Rosi, jetzt machst du mal katholisch. Stopp' es auf! Bist du mir da kass, Rosi? Ja, da ist ein Tampf drauf. Die Hund geht im Gas, ha? Jetzt, Rosi, stampf einmal gescheit mit dem Fuß, hörst du scharfe Brezen, jawoll! Und jetzt, klatschen! Auf geht's! Fuh jetz, Oli, hüten an! Fuh jas! Fuh jas, Oli, hüten an! Fuh jas, Oli, hüten an! Fuh jas, Oli, hüten an! Boltspitzen kämen mit dir. Verstehst du? Weg mit dem Arsch.